Willkommen zurück zu einer neuen, höchst grenzwertigen Loot-Folge Loot of Decay 2 in der Loot-Edition. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz grenzwertig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir sind verkrüppelt, uns geht's nicht gut, aber wir haben noch einen Seuchenballen, den wir hier erledigen müssen. Und ich hab ein bisschen Schiss, doch wirklich, ich hab ein kleines bisschen Lulu in der Ritze. Weil schaut euch das hier an, wie kommt man da überhaupt hin? Das ist ein Labyrinth aus Quantums Mama. Und wenn ihr da draußen haben wollt, dass Quantums Mama nicht den Krieg gewinnt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, ein bisschen unterstützen. Ihr kennt das Ganze, dies, das. Jetzt ist es super wichtig, sieh. Ey, die haben hier voll die Mauer gebaut und hier drüben ist ein Infektionsherd. Müssen wir jetzt nicht machen, weil ich will Ressourcen sparen. Wir müssen jetzt nicht mit Infektionen und Seuchen rumspielen. Diana, hör auf rumzuspielen. Wie kommt man denn hier rein? Boah, das ist echt ein riesiger Haufen. Dat ist ein Haufen, du. Schau mal, hier ist die Karte. Ich weiß es nicht. Ich bin am Rätseln, am Gucken, am Machen, am Tun. Vielleicht jetzt hier so rum. Und hier so durch die Mitte. Oh Gott. Oh, what? Da ist eine Horde. Cool. Ich sag dir, wir müssen Munition sparen. Und ich bin schon wieder außer Atem. Und es wird auch schon wieder dunkel. Naja, wann ist da mal nicht dunkel? Hä? Permanent Nacht in dem Spiel. Vielleicht ist da drüben Munition drin. So ein alter Armeestützpunkt. Da ist eigentlich immer der geilste Shit drin. Guck mal hier. Dinge, die wir echt mal brauchen können. Eine Nahkampfwaffe wäre noch ganz nett. So ein netter kleiner Prügel. Dankeschön, Bro. Uh, was hab ich hier? Leder Trenchcoat. Äh, die würde ich sogar mitnehmen. Was könnte ich denn? Abwerfen, ausrüsten. Ja, wir sind schon recht voll. Aber wir schauen trotzdem mal rein. Uh, 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 uh. Da sind wirklich geile Sachen drin. Bisschen Shotgun-Munny vielleicht noch. Oh, ein bisschen was. Noch ein kleines bisschen was. Komm her. Friss. Diana, du darfst gerne draufhauen, ne? Also fühl dich eingeladen zum Kloppen. Oh, du musst doch irgendwo ins Zentrum der Vernichtung gehen. Helfen die eigentlich auch? Ne, leider nicht. Boah, gibt's hier viel Zeug. Diana. Wir sind reich, Diana. Wir sind reich. Reich. Oh Gott, hier ist alles drin. Hier ist einfach alles drin. Hier sind die schönsten Dinge drin. Die schönsten. Wow. Wow. Einfach nur wow. Jetzt brauche ich nur noch hier den Knuppel. Da hinten ist er. Und wie komme ich da ran? Wie komme ich an den... Vielleicht irgendwie durch ein Haus? Okay, Moment. Also, wir haben... Hier vorne einen Knoten vernichtet. Wahrscheinlich... Ne, auch nicht, oder? Nö. Doch. Ah, hier. Hier in der Ecke. Hier an der Ecke geht's rum. Das war eine Klinge von einem Rasenmäher. Auch nicht schlecht. I hope you're ready for this shit, Diana. Da ist der Scheiß. That poison cloud looks nasty. Looks nasty. Komm schon. Wow, Fettsack. Yeah, that's it. That's it. Friends. Wow, sie kann klettern. Diana. Hol die Knarre raus, Diana. Hol die Knarre raus. Oh Gott. Diana, du musst da weg. Scheiße, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, Diana. Das dauert ewig nachzuladen. Du musst da weg, Diana. Geh doch da raus. Heilige Scheiße. Oh Gott. Das ist nur... Das ist nur Stufe 1. Lad doch durch. Diana, was machst du da? Nein. Gott. Gott. Geh da raus. Warum stirbt der denn nicht? Mach ihn tot. Komm nicht drauf. Jetzt. Jetzt. Oh, fuck. Noch eins. Diana? Wo bist du? Was ist das? Oh Gott. Oh. Ja, rammst hier rein. Heilige Mutter Gottes. Der Alter macht mich fertig. Bist du jetzt wieder fit? Du hast noch eine Knarre. Mit so viel Schuss. Warum... Warum nutzt du das nicht, Kind? Warum nutzt du das nicht? Mein Herz ist fast stehen geblieben. Jetzt ohne Scheiß. Ja, aber ich hab's. So, nächste Runde. Flammen. Noch ein Fettzeug. Ich glaub das nicht. Komm, ich muss schießen. Ich muss schießen. Geh doch, steh doch auf. Meine Fresse. Meine Fresse. Ist das eine Hardcore-Nummer? Was? Ich hab keine Ausdauer. Steh! Warum ist die permanent geduckt? Ich drück nicht die Duck-Taste. Diana. 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 Rückzug. Oh mein. Leck mich am Arsch. Was? Ist abgeflogen. Brennende Zombies. Massenweise. Brennende Zombies, die mich... Niederburnen. Oh. Hoi, joi, joi. Das war's mit Shotgun fürs Erste. Screamer ist, glaub ich, da und hinten kommt noch ein Bloater. Diana, komm. Wir müssen uns zurückziehen. Ist gerade ein bisschen zu heftig hier. Oh, leck mich am Arsch. Ist das eine miese Nummer hier. Okay, ich brauch irgendeine Waffe, für die wir viel Munition haben. Wir haben nur 32 Schuss dafür. Bitte, lass mich da runter. Dankeschön. So, was haben wir noch an Sprengstoff? Na, die hier, die Branddinger. Und ganz viele Dosenbomben. Für die wir gar keinen Platz mehr haben. Okay. Können wir den Fettsack einfach Fettsack lassen und... uns der Mission widmen. Den hau ich mir noch weg. Na, sonst macht er mich nervös. Okay, Diana. Kein Platz für das. Okay. Alright. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon! Ah, fuck! Hack das Ding kaputt! Diana, wir fliehen. Oh, nein, 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 nein. Noch eine? Noch eine sind... Oh Gott, das sind drei Stück. Diana! Durch diese komische Mauer werden die auch alle... Unteraggressiv. Nein! Run, Baby! Time to reload! Meine Munition geht super schnell leer! Jetzt sind das zwei fette Boom-Booms. Zwei fette Boom-Booms! Wo ist denn die letzte Mauer? Ganz da oben. Also tiefer rein in die Hölle. Ja, das ist toll. Das ist schön. Wir alle freuen uns, dass wir tiefer in die Hölle dürfen. Diana! Diana, komm rein! Ach, leck mich, Diana. Leck... Diana, bitte! Geh jetzt weg! Die dürfen hier nicht rein... Diana! Oh mein Gott! Achtung! Der Explodierende! Wasch, das gibt's nicht! Durchhalten, Mädels! Das ist die Hölle! Ich will Diana auf keinen Fall verlieren. Ich bin der Meinung, wir ziehen uns zurück. Mauer Nummer drei ist einfach zu krass jetzt. Wir müssen erstmal wieder hier Ressourcen auftanken. Alter, es kommt von allen Seiten Zombies. Ich weiß nicht mehr, wie ich rauskommen soll! Oh Gott! Ah, die Dinger fliegen dann immer schön überall hin. Sieht mal, wie ich hier rauskommen soll. Und ich bin verseucht. Wir müssen erst mal scheiß Viecher hier loswerden. Aber keiner von denen stirbt, weil sie alle in Raserei sind, weil die Fettsäcke sie alle noch wilder machen. Guck mal, das gibt's nicht! Ich treff ja nicht mal einen von denen. Ich komme nicht mehr raus. Diana! Mitkommen, Diana! Mitkommen! Mitkommen! Scheiße, rein mit dir! Komm, Diana, komm! Bitte! Bitte! Spring in das verdammte Fahrzeug! Oh Gott, es kommen immer mehr! Wir werden überrannt! Alter! Lecko mio! Oh mein Gott! Vorsicht, Vorsicht, wir reparieren ihn danach. Wir müssen zurück. Wir müssen Position herstellen. Wir müssen auftanken. Wir sind hart am Arsch. Wir brauchen solchen Kram und nehmen wir hier Proben mit. Lass mal hier reingehen. Wie geht's, Diana? Nicht so gut. Oh Gott, dir geht's ganz und gar nicht gut. Wie viele sind hier drin? Mal gucken, ob hier vielleicht ein bisschen Keine Ahnung. Geht's rund. Vorsicht. Ach, wir gehen besser heim. Ah, wir verpissen uns besser. Ist mir zu hoch, das Risiko. Oh Gott, ja. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ich kann mich nicht bewegen. Diana, komm! Komm, raus! Es ist Wahnsinn. Es ist echt übel. Rein mit dir, Diana. Rein. Rein. Rein! Wir verpissen uns. Nee, das Risiko ist zu groß. Nicht mal so ein scheiß Haus kannst du looten, weil da irgendwie eine Milliarde Gegner drin sind. Und dann kommen auch gleich die starken Zombies. Ich hab keine Waffen mehr. Ich Ich hab nix mehr. Wir müssen uns heilen. Ich hab Angst, dass mir Diana sonst verreckt. Das ist mir einfach nicht wert. Boah! Wahnsinn. Wahnsinn, was da abgeht. Wahnsinn! Überall. Ich könnt hier nicht mal aussteigen. Ohne zerfleischt zu werden. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wenn ich hier ein bisschen hupe, was da alles zusammenkommt. Das sind hier richtige Horden. Also diesmal sind's Horden. Davor waren's irgendwie gefühlt zwei Zombies. Aber jetzt haben sie Horde verdient. Jetzt kann man dazu wirklich Horde sagen. Ich muss sagen, die Familienkutsche hier, die ist ganz schön stabil. Wir sind noch nicht am Qualm und haben schon ordentlich in die Massen rein gerödelt. So. Also Granaten waren nicht so wirklich effektiv. Die haben nicht so wirklich was gebracht. Nehme ich alles mitgenommen, was geht. So. Heilmittel können wir super viel machen. Ja, halt noch ein bisschen durch. Halt noch ein bisschen durch. Wenn ich nicht Träten bekomme, dann bin ich Angst, dass ich niemandem nicht verwendet werde. Äh. Äh. Wap. Und ich bin weg. So. Kümmert euch um Diana. Warte mal. Machen wir lieber einfach so. Diana, komm her. What is it? Enthusiastisch sind wir hier. Äh. Ich brauche Muni, 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 Muni. Muni, Muni, Muni. So, ich nehme erst mal eine neue Waffe mit. Das hier und repariere das Ding. Äh. Oh, ist schon repariert. Gut. Tschisela Matsch? Hat die gerade Tschisela Matsch gesagt? Mhm. Ja, mit der Shotgun waren wir schon brutal gut unterwegs. Was halt auch geil wäre, wäre sowas hier. Kosten aber auch direkt drei, ne? Boah, ich brauche brauche mehr. Ich brauche mehr. So, gib mir mal die passende Waffe dafür. Moment, die nimmt doch. Fünf, fünf, sechs nimmt die. Ach, die nimmt fünf, äh. Mist, ich habe die falsche Munition hergestellt, ich Idiot. Ich brauche die fünf, fünf, sechs. Warte mal. Nimm das hier mit. Bitte, lass mich hier rüber. Dankeschön. Hauen die hier mal rein. Noch habe ich ja genügend Materialien. Das geht noch. Das geht noch alles. Hm, apropos Materialien. Wir haben doch Baumaterialien. Wir haben doch Baumaterialien hier drüben. So. Können wir nämlich auch hier weiter ausbauen, wenn wir wollen. Äh, Munition zu Tieren. Nee. Nochmal hier rein. So. Wollen wir hier von drei, vier packen. Machen wir drei. So. Ja, jetzt habe ich genug. Gut, das wird reichen. Dann. Hier mal hin. So, machen wir die hier mal. Ich würde gerne noch mal auftanken. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Wie viele von diesen Proben haben wir noch? 41. Okay, wir haben super viel. Was können wir hier noch verbessern? Schauen wir mal rein. Also hier haben wir White Noise. Hier, Generator. White Noise geht hier gar nicht rein. Hier geht's rein. Lagerheizung. Plus zehn Moral bei Strom. Wir haben Strom. Können wir eigentlich irgendwas Spannendes noch bauen? Eine Fertigungsstätte. Geil, Mann. Generator. Wir können doch auch so ein Ding hier bauen. Großer Slot. Ist das hier ein großer? Das wäre ein großer. Da werden wir halt komplett ausgerüstet. Brauchen aber, glaube ich, Benzin oder sowas, ne? Ne, brauchen wir nicht. Erhöht die Moral. Ja, wenn, dann mir wäre das hier noch ganz interessant. Aber ich glaube, wir widmen uns erstmal diesem Projekt hier. Weil da kriege ich kostenlos Strom, kostenlos Wasser. Diana! Hey there, Superstar! Wo ist Diana? Folgt die mir nicht mehr? Ich hoffe, das ist nichts. Warte mal, folgt die mir nicht mehr? Gemeinschaft. Diana ist immer noch komplett verkrüppelt. Hm, Kontrolle übernehmen. Hat die nicht noch einen Rucksack? Didi! Du hast noch einen Rucksack! Ja, das ist alles, was du hast. So, den kleinen Scheiß kannst du hier reinlegen. Äh, Lady! Ich will sie nochmal spielen. Kontrolle übernehmen. Weil sie ist gerade mein Superstar und ich finde, ich brauche Diana nicht. Ich finde, Diana ist im Moment eher ein Problem. Wir haben jetzt hier so ein Reparatur-Kit. Moment, Aspirin noch mitnehmen. geht nicht. Naja. Können wir auch drüben holen. Ist das nicht so wichtig. Lass mich hier reparieren. Obwohl, noch kann ich mit dem eine Tour machen. Äh, wo gehen wir hin? Hier ist halt so viel los. Leute, 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 hier noch Sprit holen. Was? Was macht sie denn? Was macht sie denn hier? Setzt sich rüber und setzt sich aber nicht mehr auf die andere Seite. Heute ist wieder alles drin. Heute ist wieder einfach alles drin. Schaut euch das an. Schaut euch das an! Hier sind 40 Zombies von mich rum. Ich muss sagen, das hier ist ein echt geiles Allround-Auto. Es hält viel aus. Es ist schnell. Eigentlich richtig gut. Bis jetzt mein bestes Fahrzeug. Es geht eine Menge rein. Zwar nicht so viel wie in das andere Ding da. Keine Ahnung. Es hat irgendwie durch den Gepäckträger da oben auf dem Dach unendliche Vorratsmöglichkeiten. Aber es ist besser vom Handling. Es steuert sich richtig gut. Ich ecke deutlich weniger an als mit dem komischen riesigen Militärauto. Riesischen Militärauto! Riesch, was ich mein, oder? Ah jo, Riesch, was ich mein. Ich hab's fast geschafft! Ja, bei Nest Nummer 3 wäre mir lieber bei Tag. Bin ich ganz ehrlich. Wäre mir lieber bei Tag. Hier ist nix, oder? Nee. Weil nachts gehen die halt irgendwie noch mehr steil. So. Wir müssen das nicht tun. Ich will nur ein bisschen sprit. Ich hab eh keinen Platz, ne? Muss erst reparieren. Ich will auch nur ein bisschen sprit. No room for that. No room. Ich fahre zurück in die Basis. Der Tank sieht ja noch gut aus. Ist nicht so wichtig. Hier könnte ich noch Munition finden. Lasst mich ein bisschen in Ruhe, ihr Drecksviecher. Entspannt euch. Kommt. Kommt. Lasst mal mal reparieren. Aber gerade so. Aber gerade so. Dann mal ganz kurz hier hin. Was kann ich denn da reinwerfen? Eigentlich gar nichts. Aber ich kann hier noch mal nach Muni gucken. Uh, da ist noch ein Schwert. Ich kann sie da drüben reinwerfen. Jegliche Form der Munition ist gerade wichtig. Denn wie man hier eben gerade unten schwer erkannt hat, es geht noch richtig rund. Eine Landmine. Ich nehm sie auch mal mit. So, mach die Taschen voll. Kleines Mädchen. Ja, ist auch nicht unwichtig. Wird auch langsam weniger. Obwohl, Benzin habe ich glaube ich viel. Oder? Benzin ist glaube ich die Ressource, wo wir super viel haben. Na. Na, das brauchen wir nicht. Ey. Schnauze. Boy. Nun dance. Ich fahre uns jetzt da drüben noch hin. Und dann werden wir Was ist denn das hier, Alter? Hier sind noch mehr Seuchenkürze. Das nimmt ja gar kein Ende. Achtung, hier ist ne Mine. Das nimmt ja gar kein Ende. Ich bin am Haus vorbeigefahren. Komm schon. Hier rum. Ja, gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Über eine kleine zärtliche Bewertung würde ich mich freuen. Unterstützen ein bisschen das Projekt und den Kanal. Dankeschön. Ja, bis zum nächsten Mal. Und Tschüss! abilir for 말 bis zum nächsten Mal.